Els Sandra Mayr-Wölden hat bereits einige Höhen und Tiefen erlebt. Insbesondere ihr Familien- und Liebesleben brachte die Ex-Frau von Oliver Pocher immer wieder in die Schlagzeilen. Els Sandra Mayr-Wölden ist eine bekannte Persönlichkeit in der deutschen Unterhaltungsbranche. Sie wurde am 14. März 1983 in München geboren und ist als Model tätig. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre nach drei Monaten aufgelöste Verlobung mit dem ehemaligen Tennis-Profi Boris Becker im Jahr 2008. Im selben Jahr lernte Els Sandra den Komiker Oliver Pocher kennen und lieben. Die beiden heirateten 2010, trennten sich jedoch im April 2013 wieder. Ihre Familie So viele Kinder haben Els Sandra Mayr-Wölden und Oliver Pocher. Noch vor ihrer Hochzeit mit Oliver Pocher am 25. September 2010, brachte Els Sandra Mayr-Wölden am 2. Februar 2010 eine gemmensame Tochter zur Welt. Sie hört auf den Namen Naila Els Sandra. Am ersten Hochzeitstag, dem 25. September 2011, wurden Uli und Sandy Eltern von Zwillingen. Die Jungs heißen Emanuel Oliver und Elian Oliver. Bis zur Trennung im April 2013 lebte die fünfköpfige Familie zusammen in Köln. Die Namen ihrer Kinder bestätigte Els Sandra im März 2016 via Instagram mit einem Foto von ihren Let's Dance-Tanzschuhen, auf denen mit Perlen die drei Namen gestickt wurden. Im März 2017 brachte Els Sandra Mayr-Wölden erneut zwei Söhne, ebenfalls Zwillinge, zur Welt. Über ihre Identität ist jedoch deutlich weniger bekannt. Ihr Partner, Els Sandra Mayr-Wölden ist wieder Single. Während Els Sandra Mayr-Wölden völlig in ihrer Mutterrolle aufzugehen schien, musste sie in der Liebe bereits einige Rückschläge verkraften. Nach der geplatzten Verlobung mit Boris Becker im Jahr 2008 und der Scheidung von Oliver Pocher, im Jahr 2014, verliebte sich das Model in ihrer Wahlheimat Miami neu. Der argentinische Unternehmer Martin und Els Sandra Mayr-Wölden heirateten noch im Jahr 2014. Drei Jahre später brachte Sandy die zwei gemeinsamen Söhne zur Welt. Doch schon im November 2020 verkündete die Fünffach-Mami das traurige Liebes aus, ausgerechnet in der RTL-Show von Ex-Mann Oliver Pocher. Im November 2022 berichtete die Bunte, dass die Scheidung von Els Sandra und Martin offiziell sei. Seitdem hat die Blondine der Öffentlichkeit keinen weiteren Mann an ihrer Seite vorgestellt. Ihr Vermögen So viel Geld hat Els Sandra Mayr-Wölden geerbt. Über das genaue Vermögen von Els Sandra Mayr-Wölden sind keine bestätigten Informationen bekannt. Das Online-Portal das Firmögen.com schätzt es auf etwa eine Million Euro. Doch ob das wirklich stimmt? Im August 2013 berichtet Wipp.de, dass sie nach dem Tod ihres Vaters Axel Mayr-Wölden im Jahr 1997 mehrere Millionen Euro geerbt haben soll. Der erfolgreiche Anwalt und Berater von Boris Becker habe seiner Tochter angeblich 20 Millionen Euro hinterlassen, die sie mit dem Abschluss ihres Studiums im Jahr 2005 überschrieben bekam. Millionen-Erbin Els Sandra, wie sie von dem Portal genannt wird, hat es also gar nicht nötig, vom Gehalt ihres berühmten Ex-Mannes zu profitieren. Dennoch erklärt Oliver Pocher im Februar 2020 laut Bunte, dass 50% meiner Einnahmen ja immer an die Sandy Mayr-Wölden Stiftung gehen. Gemeint sind die Unterhaltskosten für die drei gemeinsamen Kinder. Das Vermögen des Comedians wird vom Vermögen-Magazin im Januar 2023 auf rund 8 Millionen Euro geschätzt. Allein im Jahr 2023 soll Oliver Pocher ein Einkommen von rund einer Million Euro erzielt haben. Euro schärrenden Euro変AM Euro universitas Euro tempor View – husbands Euro breve Euro�� Euro Vielen Dank.